Willkommen Freunde, zurück bei Assassin's Creed. Wir müssen uns ein paar Sachen besorgen, damit wir hier nicht so auffallen. Klar, mit einem Tritt sind wir tot. Was haben wir für Stiefel? Wow, wenn uns das hier nichts bringt. Wir müssen uns ein paar Sachen besorgen, sondern wir müssen uns ein paar Sachen besorgen. Wir müssen uns ein paar Sachen besorgen, aber wir müssen uns ein paar Sachen besorgen. Ja komm, wir müssen irgendwie erst oben weiter. Ich weiß noch nicht wie. Ja, rauch. Toll. Weg ist er. Oh Gott. Der ist auch schon mal gut weg? Ach komm, schmeiß weg den Kerl. Wir haben eigentlich schon mal den Hut. Das ist ein guter Start. Nur zwei mehr Pfeife, um es zu finden. Wegräuchern? Wegräuchern? Jetzt heißt es warten. Okay. Er guckt wahrscheinlich jetzt über die Treppe, wenn er sich umdreht. Jupp. Also wieder warten. Okay, jetzt er geht. Kommt los da. Unde. Jetzt kommt es immer wieder. Äh, du bist nur nichts. W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-WW-W-W-W-W-W-W-W. Es ist auldreht. Oh, jetzt ist er ein Schönes Geist. O-F-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W.W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W Sehr schön, jetzt läuft es doch, mehr oder weniger. Weg mit dem, da muss ich auch noch rein, Moment, da muss ich auch noch hin. Da ist ja noch was, was wir brauchen. Wie kriege ich das denn jetzt? Ich hätte den Gold vorher bestellen müssen, oder? Eigentlich hier runterschmeißen? Nein. Shit! Und jetzt lasse ich ihn halt erstmal da liegen. Ich hoffe, es war kein Fehler. Ja. 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 Ja! Wie? Ja, da kommen wir nicht hin. Okay. Na, hey. Was? Warum funktioniert das jetzt nicht? Ernsthaft? Ja, das Problem mit dem Gürtel. Ja, das Problem mit dem Gürtel. Aua! Ich vermute, was ist mit dem Gürtel das, äh... Ja, ich weiß nicht. Ich vermute, was habe ich versucht. Ich weiß nicht. Es geht da schon wieder los. Komm runter. Checkpoint neu starten würde ich mal sagen. Das funktioniert so nicht. Den müssen wir... Den dürfen wir wahrscheinlich nicht umbringen. Mist. Tja, Freunde. Ich... Ich... Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich... Ja, und genau da, wo wir sind... Ja, da ist der Gürtel. Das Problem ist nur, wir kriegen den nicht. Weil wir ihn umgebracht haben. So ein Mist. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ah, klar. Okay. Stimmt. Man muss sich hier erst duken, bevor es geht. Ich habe keine Ahnung. Da habe ich gerade nicht dran gedacht. Und das habe ich nicht mitgekriegt, was er gesagt hat. Wo müssen wir jetzt hin? Darunter. Okay. Stimmt ja. Da war ja was. Du sollst loslassen. Das ist... Okay, wir müssen schneller sein. Dann. Was? Wieso? Ach komm, jetzt... Langer wird es lächerlich, mein Freund. Und so haben wir uns dann umgezogen. Wenn die trotzdem das Tor sofort zumachen. Und wieso kann ich mich nicht mehr in der Menschenmenge verstecken? Was ist denn jetzt los? So. Sag mal... Was ist mit dem denn falsch? Seit wann können die einen denn sehen? Wenn man... Wenn man... ... sich in einer Menschenmenge versteckt hält. Ach. Jetzt auf einmal nicht mehr, oder? Ich verstehe. Wir werden nur unsere Städte durch die Garten lassen. Niemand anderes? Und wir werden alle runtergehen. Ja. Klar. Er hat sich direkt hier umgezogen. Oha. Oh-oh. Oh. Darum ist er. Werden die Wachen alarmiert, wird er sterben. Na toll. Natürlich dreht er sich genau in dem Moment um. Ist klar. Alter. Alter. Okay. Wir wollen nur mal gucken, ob man an seinen Ohren vorbeispringen kann. Weil er ist ein Assassinen. Der sollte das können. Aber egal. Warum konnte ich denn nicht... Hä? Ich konnte ihn nicht töten? Nicht. Ich wusste es in dem Moment. Wer ist da? Okay. Den kann ich nicht töten. Aber draußen komme ich ja auch nicht weiter. Alter. Was ist das denn jetzt? Das kann doch nicht sein. Hä? Ach so. Ah. Da kann ich hoch. Okay. Okay. Habe es verstanden. Ich habe es nicht gesehen. Komm, guck. Quick. Was? Hä? Wie kann der von oben uns denn sehen? Wie kann denn... Ist klar. Sind wir in seinen Radius irgendwie reingekommen? Ne. Ich glaube nicht. Doch. Ich hoffe mal. Wir sind gerade einfach nur in seinen Radius hier reingekommen. Denn sonst wäre es richtig. Äh. Komm, guck weg. Heiei. Ach du Scheiße. Ja. Und tschüss. Gott. So. Und noch weiter oben. Wo können wir uns das nicht sehen? Oh. Ich habe nichts zurück in meinem Haus. Und mein Vater. Und was? Unser Album ist nichts weh und bei uns. Ja, das ist wirklich. Oh. Du kannst mich nicht mehr schicken. Wo sind wir hier? Er hätte nur einen Schritt weiter gehen brauchen. Mann, Mann, Mann. Sack! Na gut. Ich will unseren Meister noch befreien. So. Also. Ups. Hä? So geht's auch. So geht's auch. So geht's. So geht's. So geht's. So geht's. Oh. Oh. Diff. Oh. 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 Es ist vielleicht Ezio Auditore's Box, das die Brotherhood verletzt lange. So, du willst mir die Jewel zurück? Und die Box? Ja. Geh zu der neue Outpost. Du findest sie, und ich hoffe, die Entrance zu einem secreten Ort, ich habe für ein paar Zeit gescheitert. Ein Precursor-Site, vielleicht unter dem Palace. Interessant. Ich werde es sichern. Geh zu der Seite, mein Freund.